hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es wieder aus meiner restekiste an der bekannten location ein wildes geballer die sachen müssen weg und ich nehme euch jetzt mit und wir schießen jetzt einfach mal querbeet so ein bisschen was durch und ich würde sagen wir nehmen uns hier einfach mal hier so einen offenen böller zum start kanonfeuer von weko aus dem penny vom vorletzten jahr let's go ich würde sagen es war schon mal ein guter start dann nehmen wir uns hier mal so ein super die sind zwar nicht so gut aber wie gesagt sind in meiner restekiste die müssen weg platz platz dann haben wir hier noch kubis von helios sind ältere werden wir natürlich auch zünden sauber sehr sehr laut auf jeden fall dann habe ich hier blauer berber von funke ganze packung machen wir mal zwei mal was die so können jetzt kann ich euch jetzt schon sagen ja schön noch einen wo ist der ausgegangen ok nicht so schlimmer nehmen wir uns einfach noch einen wunderbar so was habe ich noch ich habe hier unten noch explosive 100 richtige rotzböller eigentlich aber schaue ich euch das mal an aber ja also wirklich schlechte verarbeitung wir gucken aber mal ja also muss ich nicht viel zu sagen die müssen auf jeden fall weg nicht gut ja nicht so gut der eine ist hier weg geflogen platz 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 nichts gutes dann machen wir weiter und zwar mit dem vaporizer von blackbox die waren auf jeden fall besser als das was wir jetzt gerade gezündet haben das kann ich euch jetzt gleich zeigen das nenne ich doch mal einen wunderschönen knall die haben auf jeden fall druck dann würde ich sagen machen wir doch mal von agento die thunderbolts nehmen wir uns ja nochmal zwei stück die sind sehr sehr laut sehr sehr gut und deswegen ja let's go machen wir zwei können ja mal zwei auf schlag machen ja die sind sehr sehr laut heilige maccaroni heftig was die teile können das ist echt brutal was haben wir denn hier mega pirat von fire event ja nicht so gut dann haben wir silber thunder mit der überaus neißen zündschnur die aussieht wie so eine wunderkerze dann haben wir silber thunder mit der überaus neißen zündschnur die aussieht wie so eine wunderkerze da müsst ihr euch echt mal angucken und laut sind sie auch ja doch für die größe wirklich sehr sehr gut schön die zerlegt es auch komplett schön 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 dann habe ich hier noch einen einzelnen tiger bomb äh cböller von funke sehr stark sehr sehr stark gut was haben wir noch was ist das denn hier harpoons noch mal drei ne nicht gut aber abgeschnitzelt und den letzten und zwar habe ich hier noch maskelet voller von elgato handgemachte böller jetzt kommen die rotzen jetzt komplett weg so der erste mit vorbrenner schön sehr sehr schön wunderbar mit dem vorletzten und den letzten und den letzten schön jo dann was haben wir noch jetzt promet super böller 2 die müssen halt auch einfach weg den hat es komplett zerlegt boah der war gut der war echt gut und 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 Untertitelung des ZDF, 2020